Aber bitte, so meine ich das doch nicht. Ich will doch für die Opfer sprechen. Ich weiß, dass sie damals in dieser schrecklichen Zeit, anders schrecklich als die derzeitige, nicht leben sollten und möchte das jetzt an dieser Stelle irgendwie ausgleichen, ohne mich aber an ihre Stelle zu setzen, das wäre zutiefst unmoralisch. Da werden sie mir wohl recht geben. Wenn sie das leugnen, sind sie ein Leugner. Ja, nein, ein Lügner. Und wo die hingehören, das wissen sie ja. In die tiefste Hölle, während andere durch einen amerikanischen Präsidenten in den Himmel kommen werden, während dieser selbst bereits wieder vom kapitolinischen Hügel absteigen musste. Es sollte sie nicht geben, die Opfer. Die mussten weg. Wer will die schon sehen? Der Herr Präsident wäre nie Opfer geworden. Das steht nicht in seinem Handbuch. Ein Herr S.I. war. Der war es. Der Anwalt, der immer andere vertreten hat. Genau der war es. Ich möchte mich in dieser Frage bitte selbst vertreten. Dieser Anwalt mit einem jüdischen Freund, dem Walter F., das ging nicht. Das hätte ihm unfassbar geschadet. Der durfte natürlich keinen jüdischen Freund haben, niemals. Nicht einmal mit ihm spazieren gehen. Auch heute würde ich noch nicht dazu raten, da sie mit ihm gemeinsam verdroschen werden könnten. Und das wäre noch das Mindeste. Mein lieber Cousin Walter war sein Humor, das auch. Aber er war eher sein Homer. Der Homer des Dr. Scheiß-Inquart, wie meine Mutter und halb Wien zu sagen pflegten. Er sang seinen Song und ging seinen Irrweg, der gute Walter. Er sollte sämtliche Großtaten über den Anwalt A. zählen und dann öffentlich verkündigen, wie hoch diese Zahl wieder war. Jedes Jahr wieder neue, hohe Zahlen. Das war's für heute.